Was ist denn mit deiner Fraternität? Irgendwann? Ja. Aber solange es noch heller ist, ja? Ja. Dann kann ich noch ein paar Fotos machen. Aber ich brauche nicht. Und dann kochen wir es? Dann kochen wir es. Nudeln? Sollten wir vorbereiten? Was ist mit deiner Fraternität? Du wusstest, dass wir kommen? Ja. Genau. Du wusstest.